Der türkisch-armenische Krieg war ein Konflikt zwischen der Demokratischen Republik Armenien und türkischen Revolutionären der türkischen Unabhängigkeitsbewegung, der vom 24. September bis zum 2. Dezember 1920 dauerte und größtenteils im heutigen Nordosten der Türkei und Nordwesten Armeniens stattfand. Hintergrund Die armenische Nationale Befreiungsbewegung erklärte vor dem Ende des Ersten Weltkrieges die Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Armenien. Tovmas Natsabekian, der der Befehlshaber an der Kaukasusfront war und auch der Verwalter der Administration Westarmeniens war, wurde der erste Führer der Demokratischen Republik Armenien. Endranik Toros Osanien übernahm die Verwaltung Westarmeniens im Zeitraum von März bis April 1918. Er kämpfte gegen die Osmanische Armee während der letzten Kämpfe des Gaukasus-Feldzuges und ernannte Draste Medkanaian zum zivilen Kommissar. Der Osmanisch-Russische Freundschaftsvertrag vom 1. Januar 1918 und der folgende Friedensvertrag von Brest-Lidosk vom 3. März 1918, der vom Goswesie Talat Pasha unterzeichnet wurde, legten fest, dass alle russischen Eroberungen wie Adahan, Kas und Batumi aus dem Krieg von 1877 bis 1878 wieder ans Osmanische Reich zurückfielen. Der neue armenische Staat, der von den Daschnaken regiert wurde, lag zwischen Russland und dem Osmanischen Reich. Der Staat erhielt von der armenischen Diaspora aus dem Westen Unterstützung und bereitete sich vor, die osmanischen Vilayets von Eserum, Bitlis und Phan zu verteidigen. Diese waren der Demokratischen Republik Armenien wichtig, um einen Zugang zum Meer zu haben. Im März 1918 marschierte dann wie Ib Pasha mit der Osmanischen 3-Armee Richtung Demokratische Republik Armenien und stieß auf armenische Freiwillige, die den Kern der ersten armenischen Armee bildeten. Unter dem großen Druck der vereinten Kräfte der osmanischen Armee und der kurdischen irregulären Einheiten, zog sich die Kämpfer der Demokratischen Republik Armenien aus Ersincan nach Eserum zurück. Die seit dem Aufstand von Phan unter armenischer Kontrolle stehende Stadt Phan wurde ebenfalls geräumt. Die Armenier evakuierten auch die Städte Eserum und Sarikamis nach den Schlachten von Karakilisse, Sadarapat und Abaran. Wie Ib Pasha verlangte auch Trabzon im Norden. Die Türken fanden die Städte verwüstet und die muslimischen Einwohner tot vor. Die Grenze aus dem Friedensvertrag von Brest-Litosk wurde durchgesetzt. Einige zusätzliche Bedingungen wurden der Demokratischen Republik Armenien durch den Vertrag von Batumi gestellt. Die Unterzeichnung des Vertrages fiel auf den gleichen Tag wie die Ausrufung der Demokratischen Republik Armenien. Das Osmanische Reich zwang die Demokratische Republik Armenien in diesem Vertrag West-Armenien zu räumen, obwohl es nicht von Armenien anerkannt wurde. Derweil wurde das Osmanische Reich durch den Waffenstillstand von Mudros vom 30. Oktober 1918 gezwungen, sich hinter die Vorkriegsgrenzen von 1914 zurückziehen. Die Zeit, die bis zum Waffenstillstand von Mudros vergangen war, ließ den Osmanen keine Zeit ihre Autorität über die Gebiete, die mit dem Vertrag von Batumi verloren wurden, wiederherzustellen. Das entstandene Machtvakuum wurde von der Südwest-Kaukasischen Republik unter verreteten Piriogelum mit Zentrum in Kaas gefüllt. Es umfasste die vornehmlich muslimisch bewohnten Regionen von Kaas und Batumi, die Teile der Provinz Jerewan waren, und die Distrikte Achalsiche und Achalkalaki der Provinz Tiflis. Aber in Wirklichkeit war die Autorität der Regierung nur auf Kaas und Adahan beschränkt. Außerdem stand das Gebiet unter britischer Armeeverwaltung, die während der Intervention der Alliierten im Trans-Kaukasien gebildet wurde und die Republik lediglich duldete. Fahret Imperiolos Regierung wurde dann vom britischen Hochkommissar Admiral Samerset Gav Keltop aufgelöst. Daraufhin konnte die Demokratische Republik Armenien das Gebiet für sich beanspruchen. Adahan wurde von georgischen Truppen besetzt. Aktive Phase Der Konflikt begann im Juni 1920 als armenische Grenztruppen in Scharmützel mit türkischen Irregulären der Müdafai-Hukuk-Zimleti im Distrikt Oltu, das ehemals unter der Kontrolle der Demokratischen Republik Georgien stand, verwickelt wurden. Am 6. Oktober entschied die Regierung der Demokratischen Republik Armenien den Distrikt besetzen zu lassen. Oltu wurde am 16. Juni von den Armeniern besetzt. Die türkische Regierung in Ankara sah dies als Kriegsgrund und entsandte General Kesim Karabekir mit vier Bataillonen nach Oltu, um die Armenier zu vertreiben. Karabekir stieß dann am 20. September in die Demokratische Republik Armenien vor, was die armenische Regierung dazu brachte, der Türkei vier Tage später den Krieg zu erklären. Am 21. September hatten Karabekirs Truppen Sarikamis und einen Tag später Kargismen eingenommen. Sie marschierten dann auf Karst, aber dieser Angriff wurde durch den armenischen Widerstand zurückgeschlagen. Als die Türken mehr Dänik eingenommen hatten, begannen die Armenier als Antwort Pogrome gegen Muslime in Jerewan und Karst. Anfang Oktober ersuchte die Regierung der Demokratischen Republik Armenien Hilfe von Großbritannien, Frankreich, Italien und den restlichen Alliierten, aber es kamen kaum Antworten. Die meisten der britischen Truppen im Nahen Osten waren im britischen Mandat Mesopotamien mit dem Niederschlagen eines Stammesaufstandes beschäftigt, während Frankreich und Italien ähnliche Probleme im Völkerbundmandat Syrien und im italienisch kontrollierten Anteil ja hatten. Das benachbarte Georgien erklärte sich neutral. Nur das Königreich Griechenland leistete etwas Unterstützung durch seine Operationen in Westanatolien. Aber die griechische Militärunterstützung war nicht ausreichend, um den türkischen Druck auf die Demokratische Republik Armenien zu mindern. Am 11. Oktober traf der sowjetische Bevollmächtigte Boris Legren in Jerewan mit einem Text über ein Abkommen zwischen den Sowjets und Armenien ein. Das am 24. Oktober unterzeichnete Abkommen sicherte den Armeniern sowjetische Unterstützung zu. Der wichtigste Teil des Abkommens handelte von Kars, welches Armenien schützen sollte. Die türkische Unabhängigkeitsbewegung war über eine mögliche Einigung zwischen Sowjets und Armenien nicht glücklich. Karabekir wurde vom türkischen Parlament in Ankara über Boris Legren informiert und sollte das Problem mit Kars lösen. Als das Abkommen unterzeichnet wurde, marschierte Karabekir am gleichen Tag Richtung Kars. Am 24. Oktober starteten Karabekirs Truppen einen Großangriff auf Kars. Die Armenier verließen die Stadt anstatt sie zu verteidigen und so kam Kars am 30. Oktober unter türkische Kontrolle. Die Bewohner, die nicht fliehen konnten, waren Plünderung, Vergewaltigungen und Massakern ausgesetzt. Die türkischen Truppen setzten ihren Vorstoß fort und nahmen eine Woche nach Kars Alexandropol ein. Am 12. November nahmen die Türken auch das strategisch wichtige Dorf Agin nordöstlich der Ruinen der ehemaligen armenischen Hauptstadt Ani ein und zogen von dort weiter nach Jerewan. Am 13. November brach Georgien seine Neutralität und marschierte in Luri ein, das als neutrale Zone zwischen Georgien und Armenien Anfang 1919 von den Briten errichtet worden war. Die Türken hatten jetzt ihr Hauptquartier in Alexandropol. Die Armenier erklärten am 6. November ihre Absicht Frieden zu schließen. Die Türkei übermittelte am 8. November ihre Bedingungen für einen Frieden. Am 18. November 1920 wurde ein Waffenstillstand abgeschlossen und ab dem 26. November begannen Gespräche zwischen beiden Regierungen. Am 2. Dezember unterzeichneten beide Seiten den Vertrag von Alexandropol. Laut Vertrag sollte die armenische Armee entwaffnet, mehr als 50% von Vorkriegsarmenien an die Türkei abgegeben und auf alle Territorien, die Armenien durch den Vertrag von Sevres zugesichert waren, verzichtet werden. Während der Verhandlungen hatte Josef Stalin Grigori Ortschonikitze befohlen, von Aserbaidschan aus in die Demokratische Republik Armenien einzufallen und eine probolschewikische Regierung aufzustellen. Am 29. November fiel die sowjetische Elf-Armee über Kerivin Sarai ein. Der Vertrag von Alexandropol konnte nicht mehr vom armenischen Parlament ratifiziert werden, weil die Sowjets Armenien einnahmen. Nachwirkungen Am 28. November 1920 überschritt die Elf-Rote Armee unter Anatoly Gäcker vom sowjetischen Aserbaidschan aus die Grenze zur Demokratischen Republik Armenien. Als Grund wurden eine armenische Invasion in Seeruhr und Bergkarabach genannt. Die Auseinandersetzung dauerte nur eine Woche an. Müde durch sechs Jahre permanenten Krieg und Konflikte konnten die armenische Armee und das Volk keinen weiteren Widerstand leisten. Als die Rote Armee am 4. Dezember 1920 Jerewan betrat gab die armenische Regierung auf. Am 5. Dezember traf das armenische Revolutionäre Komitee kurz Revkum, das größtenteils aus Armeniern aus Aserbaidschan bestand, in der Stadt ein. Am folgenden Tag, dem 6. Dezember betrat die Tscheka die Geheimpolizei des Felix Tsaiinskis Jerewan. Die Demokratische Republik Armenien hörte damit de facto auf zu existieren. Am 6. Dezember wurde die armenische Sozialistische Sowjetrepublik unter der Führung des Alexander Miasnikien ausgerufen. De jure wurde die armenische SSL erst am 22. Dezember 1922 gegründet. Vertrag von KAS 23 Die Gewalt in Transkaukasien wurde durch einen Freundschaftsvertrag zwischen dem türkischen Parlament, das 1923 die Republik Türkei ausrief, und der Sowjetunion beendet. Der Friede von KAS wurde in KAS durch Repräsentanten der russischen SFSR, der aserbaidschanischen SSR, der armenischen SSR, der georgischen SSR und der TBMM unterzeichnet. Die TBMM hatte schon vorher am 16. März 1921 mit der Sowjetunion einen Vertrag über Freundschaft und Brüderlichkeit, auch Kurzvertrag von Moskau, unterzeichnet. Mit diesem Vertrag trat die Türkei Atscharyen an die UdSSR ab und erhielt dafür die Provinz KAS. Siehe auch, griechisch-türkischer Krieg, Völkermord an den Armeniern. Die Türkei Atscharyen